Nein, will ich nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Ah, den Run verkack ich doch nicht. Alter, wie schnell die down sind. Das ist so krass. Also Schaden ist für eine Kruppel ist schon richtig, richtig Sahne. Muss ich einfach mal sagen. So, jetzt noch Geheimraum finden und dann können wir zum Boss gehen. Oh, warte mal. Na ja, klar. So, der könnte hier sein. Oder hier. Oder wieder noch. Wow. Oh, das ist so lecker, das ganze Tier. Aber mit den, mit Cancer jetzt auch noch. Oh Gott. Der Traum ist kacke. Geht. Full health? Nee, nicht full health. Health ab. Tears ab. Oh, das Böse. Böse. Schau dir mal an. Was hier abgeht. Oida. Oida. Oh Gott. Oh Gott. Das ist sehr, sehr böse. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Skeleton Key. Bisschen spät. Oh je. Das war auch ganz angenehm. Oh Mann. Wo sind... Wo ist denn der kack Bossraum, ey? Ich bin da noch zu langsam für. Oh eh. Ich bin da für noch zu langsam. Ich brauch mal einen Speed Up. Boah. Kack Nekro... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Motherfucking Nekropolis. I hate you so fucking much. Oh, Greed auch noch. Der müsste aber schnell tot sein. Oh Gott sei Dank zwei Seelenherzen. Und wieder falsch. Weiß immer noch nicht, wo der Bossraum ist. Oh Gott. Alter... Uah. Fuck. Aber ein Seelenherz wieder weg. Äh. Habe ich hier schon geguckt, ob da der Bossraum ist? Äh, der Geheimraum. Hm. Oh, Spinnwebem. Der geht. Oh. Wo kann der denn sein? Hier? Ah. Da tut sich was. Wow. Wow. Drei Coins. Wow, wow, wow. Wo ist zum Teufel der Boss? Oh Gott. Meine Güte, ist hier was los. Hier ist auch nix. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab noch nie so lange gebraucht, um den Kack-Bossraum zu finden. Krass. Krasser Scheiß, ey. Ich will Herzen hier alleine noch liegen. Ich hätte aber echt gerne einen Health-Up. Hm. Ja, dann ist Mom ganz oben. Geht ja nicht anders. Der weit entfernteste Raum. Oh Gott. No, 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 no. Alter. Wo? Oh, nee. Ekelhaft, der Raum. Okay. Mom kann nur noch jetzt eins hier links sein. Ja. Ey, Mom sei ich. Der Boss natürlich. Der Schaden ist so geil. Ich hoffe, ich werfe diesen Run nicht weg. Viel Leben sind mir ein bisschen wenig. Gut, ich hab natürlich das Unicorn. Wow. Was macht der nochmal? Ich hab den so selten. Ach, das ist... Oh, das ist ja mein. Den mag ich ja überhaupt nicht. Wow. Wow, aber der kassiert. Alter, der kassiert. Guck mal, ich hab mich der kassiert. Holy shit. Holy shit. Wow. Holy shit war der schnell down. Und jetzt sind wir auch schon bei Mom. Wow. Das ging... ...unfassbar schnell. Geil. Wenn ich jetzt hier aufpasse... Fuck. Drifte Mom, aber easy going. Alter, der Damage ist sensationell. Speed up, gut. Es ist ein bisschen wenig. Alter, Verwalter. Ich muss aber eigentlich das komplett klären, um da hinzukommen. Meine Fresse, ey. Ich hab viel zu wenig Leben. Ich brauch Damage... Äh, Health Upgrades. Das ist alles Problem. Ich krieg keine Health Upgrades, dafür so viel Damage Upgrades. Aber, hm. Als alter Movement-Cripple. Jetzt in den Womps wohlgemerkt. Ich bin ja wahrscheinlich schneller tot, als ich, äh, kacke. Hm. Hm. Gefällt mir nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Raum... ...war ja mal grad die Hölle. Hm. Oh mein Gott. Der Raum... Oh. Der Raum grad war richtig behindert. Oh. Droppt Seelenherzen. Seelenherzen, bitte. Oh yeah. Oh. Lack ab am Arsch. Oh. Lack ab am Arsch. Die... Die Shots ausnutzen. Die Split Shots. Woah. Fucking hell. Woah. Damit hab ich jetzt fast nicht gerechnet. Okay. Lass mal sterben. Puh. Mann. Jetzt spawnen doch mal wenigstens ein Seelenherz. Woop. Woppa. Really? Ich krieg keine Herzen. Und es ist ja auch noch Utero XL. L. Alter. Ich hab glaub ich noch nie so viele Tieres verschossen, ne? Das ist so meine Fresse. Jetzt reicht's mir aber gleich. Oh ne. Ach, sind nur die Herzen. Okay. Oh, nur die Herzen sind ja kein Problem. Da machst du einfach ein bisschen Range. Na also. Ich guck immer auf der offiziellen Wiki-Seite nach. Oh Gott. Boah, Mann. Ich brauch doch nur ein Seelenherz. Ich will nur ein Seelenherz zur Sicherheit. Ehrlich. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will nur etwas, etwas Sicherheit. Alter, wie ich die Tränen rausballer. Ist so geil. Wieder nicht. Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Oh, that was close. That was close. That was close. Stirb. Oh, fuck it. Oh. Jetzt ein Arcade-Raum oder so würde mich sehr glücklich machen. Kacke. Ich riskiere es nicht. Ah, ich habe es jetzt nicht riskiere. Mein Gott. Ich habe es jetzt nicht riskiere. Ah, fuck. Ja, natürlich ist die auf Deutsch. Offizielle deutsche Wiki. Ah, fuck. Ich spreng jetzt ein bisschen was. in der Hoffnung. Ich finde irgendwie was. Bleibt es mir jetzt verwehrt. Mein Gott. Gib mir doch nur ein Seelenherz, man. Boah. 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 Holy shit, ey. Was will ich denn dauern, wenn man so einen Scheiß... Ja, gut. Der Raum ist... Der ist angenehm, der Raum. Der ist super, der Raum. Komm in die Mitte. Ihr nervt mich. Der Raum ist auch okay. Ich war noch nie mit zwei Herzen... Nur mit zwei Herzen in der Wump. Aber das ist schon gewagt. Und ich habe so geilen Shot Speed, ey. Meine Fresse. Warum... Kommt da nichts? Weißt du, lag ab. Aber in keinem Kackstein ist so ein... Verdammter... Seelen. So ein Seelenherz. Oh, je. Gut, das ging schnell. Oh, Loki. Oh, Loki, stirb schnell, bitte. Komm, Loki. Es ist ein Boss. Der muss doch mal was droppen. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Fucking hell, ey. Komm, ein Seelenherz. Wird doch wohl hier irgendwo sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Oh Gott. Oh Gott, der Raum ist so behindert. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nein! Ich habe gehofft, dass da Seelenherze drin sind. Oh Gott. Jetzt ist wenigstens der Champion weg. Fuck. Boah. Das ist... Von mir sind ja... Alle falsch. Das war gerade der Supergeheimraum. Der Supergeheimraum mit zwei Trollbomben. Ist das euer Ernst? Ich habe jetzt... Ich habe... Hm. Oh Gott. Herrlich. Alter, warum stirbt der nicht? Wieder kein Seelenherz Ja, ja So viel zum Thema Luck-Up Ja, ja Solange es nur bei einem Treffer bleibt Ich habe noch genug Kerzen hier rumliegen Bitte, komm Gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Vorsicht Alter, das Movement Das war ja ernst Moment mal Kümmer dich Haben wir den Geheimraum Oh mein Gott Bob's Rottenhead Okay, ist Gott sei Dank nur ein Herzraum Masken Mit Meiner Mit der Kopie von mir selbst Wäre der pure Tod gewesen Können wir den machen Oh scheiße, ich kann mich da nicht reinstellen Kommt da mein Meatball ran? Fuck Uncool Muss ich's halt so machen Hilft dir nix Gute Nacht Gaming Paradise Probier ich jetzt Boss Nummer 1 Ich glaube, clearen hat nicht mehr allzu viel Sinn Loki 2 Zwei Lokis Das wird nicht schön Das wird nicht schön Au, au, au Einer ist schon tot Nice HP ab Ich danke dir Gamezocker, dass du zuguckst Boah, aber it lives jetzt mit drei Herzen Hm Dann wäre ich schon in der Cathedral Seelenherz So It lives Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so weit komme Aber Läuft Hm Das Monstrum Der Run ist von den Items her richtig, richtig behindert The Duke of Lies nochmal Der soll direkt schnell down sein Hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet, muss ich sagen Ich clear jetzt Ich versuche noch ein bisschen was zu clearen Ich habe Hoffnung, dass irgendwo noch ein Bettler oder so ist Mit drei Herzen fühle ich mich hier ein bisschen sicherer Auch dir, Cookie, für deine netten Worte Vielen Dank Ich feiere diese Tears Es ist unglaublich, wie ich die rausknalle D Ich glaube, wir Deafen Obch Obch Vielen Dank.